Mano-Touch verfügt über eine Schutzhülle, die zusätzlich eine Stativfunktion besitzt. Mano-Touch 5 Plus verfügt darüber hinaus noch über einen Haltegriff, der mit der Schutzhülle einen sicheren Halt mit der Griffhand bietet. Bei Mano-Touch 4 und 5 öffnen Sie die Hülle, indem Sie zunächst die Öffnungslasche so umklappen, dass sie direkt auf dem magnetischen Haltepunkt befestigt und die silberne Linie auf der Schutzhülle sichtbar wird. Legen Sie nun, wie hier gezeigt, das entstandene Dreieck auf die Rückseite des Geräts, sodass die silberne Markierung der Hülle und der Markierung auf der elektronischen Lupe parallel zueinander liegen. Somit dient die Schutzhülle als Winkel und Abstandshalter für Ihre Kamera. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Schutzhülle des Mano-Touch 5 Plus in drei Schritten als praktisches Stativ einrichten können. Im ersten Schritt öffnen Sie die Schutzhülle und klappen, wie hier dargestellt, dies so auf, dass mithilfe der Magnetwirkung ein Dreieck entsteht und Sie an der Spitze eine silberfarbene Linie erkennen können. Im zweiten Schritt führen Sie das gebildete Dreieck der Schutzhülle auf die Rückseite des Geräts. Bei Mano-Touch 5 Plus müssen Sie in Griffnähe zusätzlich die Magnethalterung durch das Aufklappen lösen, sodass der silberfarbene Griff sichtbar wird. Im dritten Schritt führen Sie die Hülle weiter zur Markierung, sodass die silberne Linie auf der Schutzhülle parallel zur silbernen Linie auf dem Gerät liegt. Die Schutzhülle wird hier ebenfalls durch Magnete in Position gehalten. Zur Nutzung des Haltegriffs des Mano-Touch 5 Plus müssen Sie diese so aufwickeln, dass das dort gebildete Dreieck an der Magnethalterung zu einem gut geformten Haltegriff wird. Ziehen Sie nun den silberfarbenen Haken, wie hier gezeigt, aus der Halterung heraus, bis Sie je nach Bedarf zu einer der beiden Arretierungen des Haltegriffs kommen. Der Haltegriff ist nun gut befestigt, sodass Sie die elektronische Lupe leicht mit einer Hand halten können. Zum Verschließen des Haltegriffs klappen Sie ihn zum Ausgangspunkt zurück. So einfach können Sie die Schutzhülle des Mano-Touch 4 und 5 zu einem stabilen und praktischen Stativ oder bei dem Mano-Touch 5 Plus zusätzlich in einen nützlichen Griff zum Lesen und Schreiben umwandeln.